ich möchte euch jetzt eine sehr sinnvolle app für das handy vorstellen die app heißt odux map und ersetzt eine gps gerät vollwertig mit tracking mit höhenangaben mit allem drum und dran auf die einzelnen punkte will ich jetzt nicht eingehen ich will euch nur zeigen dass es es gibt und werde unten viele links setzen denn es gibt bei youtube schon einige videos dazu und die machen das wesentlich besser als ich man muss sich das rad neu erfinden das wichtigste dabei ist zu wissen man braucht keinerlei internetverbindung klar zum installieren schon um die karten dann zu laden auch aber danach braucht man keine verbindung mehr und kann das auch ohne sim karte im gerät betreiben nicht mehr wlan ist notwendig